Willkommen zu Let's Play Lego Jurassic World. Wir machen weiter mit Jurassic Park 2 und zwar sind wir auf folgendes gestoßen. Jetzt wird es leider nicht mehr so einfach wie es sonst immer war. Eine war das. Und zwar geht es um schwerere Goldsteine zu bekommen. Wo ist denn der letzte? Ich habe die letzten nicht gesehen. Achso scheiße. Ach du Scheiße. Der ist... Junge. Das geht um den roten Stein. Was funktioniert so nicht? Was funktioniert so nicht? Was funktioniert denn das so nicht? Kann ich springen? Ich brauche auch einen Grannenbock. Der so nur springen kann. Als auch... Komm. Alles komme ich hier nicht mit dem Ding her. Ach Mensch. Wenn man denn irgendwas was springen kann. Und äh... Irgendwelgräumt. Oder vielleicht. Ja. Mit dem könnte es sogar gehen. Wir haben es geschafft. So. Das war ein Teil zum roten Stein. Ich weiß auch warum die Platte hier nicht funktioniert. Wenn die nun dann drin feststeckt. Oh. Was brauche ich denn jetzt hier? Was brauche ich denn jetzt hier? Hier ist jetzt ein Cut. Bis gleich. Der Cut war nötig. Weil ähm... Ich nicht äh... Sonst weg konnte. Was ist denn du für ein Problem? Ich würde mal sagen, wir machen das am besten dir. So. Das kann man auch das Ding mal aufbauen. Sehr schön. Oh. Hier gibt es sogar noch was. Zeitmäßig. Ach nee. Gut. Das heißt. Sowas anderem. Oh. 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 feels sucks at that. Oh. Ach. Boah. Oh. Und was ist denn hier? Die Goldstein-Star drin. Wundervoll. So. Es gibt noch so eine grange Ding. Wenn ich mich recht entsinne. Genau das Teil. Eieiei. Oh mein Gott. So. Und zwar räume ich alles fließende Gebiet. Und zwar gibt es eine Sache noch. Und zwar hier in diesem geheimen Raum. Ich kann jetzt keine Dinos nehmen. Natürlich. Gut. Also. Du. Jedes von seinem Supersprung. Hier muss der Goldstein. So. Den Bereich hätten wir. 80%. Gut. Es gibt hier wieder so ein kleines Rennen. Allerdings gibt es ja auch noch zwei Goldsteine. Zu holen. Die werden auch immer gesetzt. Wenn man den nächsten Bereich betritt. Ne. Gut. Damit wird dieser Goldstein anledigt. Dann gibt es hier eine. Ne. Blume. Die man gießen sollte. Auf jeden Fall. Und dann gibt es hier eine. Und dann gibt es hier eine. Ein. Und dann. Ein. Goldstein aus. So ich muss grad mal nachkommen. Zwei. Zwei von fünf. Ijejeje. Ich wusste nicht. Auf der Augenblick. Gut. Wir gehen erstmal in den hinteren Bereich. hier. Ja, was mit einer Kugel stecken. Wir sehen uns mal durch. Einen kleinen Bereich, ich bin nicht viel anderes verbirgt als diesen einen Goldstein. Na, nehmen wir den mit bitte. 160 von 275. So, an dieser Stelle brauche ich wieder einen Rambock, der springen kann. Denn das ist nicht lustig. Scheiß, Alter, ist das knapp. Ja, im Prinzip war es das. So, ich tippe mich eben mal wieder hier hin. Und ich habe Dark. So. Das letzte, was wir noch zu tun haben, ist, ist diese ein Futterapparat da hinten. Und ich sehe schon wieder einen roten Stein aufblenden. Allerdings gehört nicht zu diesem Bereich, den wir jetzt machen. Ja, wundervoll vorgeführt. Schauen wir. Komm. Ach, komm. Ich habe meine Probleme an dieser Stelle. Jetzt ist die Kamera auch so scheiße. Mann. Das ist tatsächlich ein guter Stein nach hinten. Egal. Wir wollen diesen Bereich jetzt erstmal abschließen. Und das Foto links befindet sich genau hier an dieser Stelle. Das gehört alles noch zum vorherigen Bereich mit dem Foto. So. Damit wird der Bereich abgeschlossen, den wir erhalten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.